Der Xaver ist ein Ökobauer, eingestudierter, ganz ein Schlauer, dem kommt keine Kunstung nicht ins Haus, der geht zum Scheißen raus. Der Xaver ist ein ganz ein Heller, der hat einen Kühlschrank, drunter im Keller frisst es wie Back eine Ewigkeit, dass nichts der Schimmelt und der Feid. Der Xaver ist ein ganz ein Gescheiter, der pflanzt sein Mais noch mit den Händen und glaubt, dass er voll besser wächst, wenn er mit ihm rennt. Der Xaver rennt den ganzen Tag auf der Wiesn auf und ab und labert seine Pflanzen voll, aber es wächst nicht so, wie es voll. Der Xaver steht zwar Boxen aus, 4000 Watt vor's Bauernhaus, Bavaria, den Abteilbuben, dann wird's schon wachsen drum. Die Muse hat seine Wirkung da, wirkt man links eine Feder da, siehst nicht einmal ein Löwenzahn, mag wachsen bei den Schmarrn. Das war erstmalig, das warbling.